Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Linux Tutorial. Heute mal wieder was sehr sehr einfaches, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig. Und zwar geht es um den Autostart von Linux. Ja, ihr könnt natürlich Linux Programme oder generell alles mögliche im Autostart, also automatisch beim Hochfahren vom PC ausführen lassen. Jetzt sieht es höchstwahrscheinlich bei euch ein bisschen anders aus. Ich habe Linux Mint, aber bei Ubuntu sieht es ganz ein bisschen anders aus. Generell findet ihr aber normalerweise unter den Systemeinstellungen bzw. unter Systemverwaltung starten und beenden, wenn es das bei euch gibt, findet ihr das. Unter Mint ist es einfach hier unter Startprogramme da einmal draufklicken und schon habt ihr alles, was ihr wollt. Jetzt könnt ihr hier automatisch etwas Neues, oder was heißt automatisch, ihr könnt ja auf jeden Fall was hinzufügen, indem ihr hinzufügen klickt. Dann habt ihr unten die Auswahlmöglichkeit benutzerdefinierter Befehl oder Anwendung auswählen. Wenn ihr unter Anwendung auswählen geht, dann habt ihr hier die Möglichkeit eben eine Anwendung auszuwählen, die ihr starten wollt. Oder wenn ihr einen benutzerdefinierten Befehl machen könnt, hier den Namen einfügen, also den Namen, den ihr hier quasi sehen wollt, also NVIDIA X Server Settings hier oben oder Monitor Konfiguration wäre der Name. Und ja, dann könnt ihr hier einfach den Namen ausführen, eingeben, zum Beispiel meinAutoRent und dann könnt ihr hier den Befehl eingeben. Hier könnt ihr alles eingeben, was in der Konsole funktioniert. Das heißt, ihr könnt ja auch solchen Kram machen wie Echo, Hallo Computer und dann könnt ihr das Ganze ausgeben in eine Datei. Also zum Beispiel, ihr wollt hinten dranhängen, um wie viel Uhr ihr gerade euren PC hochgefahren habt. Dann nehmt ihr hier einfach statt Echo, Hallo Computer die aktuelle Zeit. In meinen anderen Linux Tutorials erfahrt ihr, wie es da geht und gebt die aus in, keine Ahnung, irgendeine Datei.Text. So, und dann könnt ihr hier noch einen Kommentar eingeben, das ist das, was hier unten steht, also Configure NVIDIA X Server Settings oder Linux Mint Welcome Screen. Das wäre dann das Kommentar. Das könnt ihr dann auch eingeben, müsst ihr aber nicht. Und hier könnt ihr noch einstellen, wie lange soll es denn warten nach dem Start, bis es den Befehl ausführt, damit eure ganzen anderen Startprogramme fertig sind. Also wie wichtig ist euch dieses Programm, was ihr hier hinzufügen wollt. Im Prinzip nicht wirklich schwer, ihr solltet nur wissen, was ihr hier eingebt. Wenn ihr hier irgendwas eingibt, von wegen wieder herunterfahren und das 0 Sekunden nach dem Start, habt ihr natürlich ein Problem. Denn ihr fahrt dann euren PC hoch und der PC fahrt wieder runter. Das bedeutet, irgendwie fahrt ihr euch die ganze Zeit hoch und runter. Deswegen vorsichtig sein, was ihr da eingebt. Okay, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich möchte natürlich kein Echo Hallo Computer in meinen Autoruns haben, deswegen lasse ich das jetzt mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.